Ja, sauber. Boah. Das ist mir mal so ein Echtforscher. Man springt leicht, dann wird man hochkatapultiert in so ein Gerät da rein. Nein. Ich komme das aber zu schaffen. Ablos und die Bandage. Einfach nur durchrennen. Boah, das war aber super knapp. Misspaint Rules. Was hat der in der Rundschaft reingeschaltet? Habe ich nicht verstanden jetzt so. Run, man. Charakter wechseln. Wer ist denn Run? Da. Ach du Scheiße. Ich weiß auch, warum der Run-Man heißt. Der ist verdammt schnell, glaube ich. Boah. Ich gehe mal erst mal zurück zur Karte und gucke, ob ich da noch Ablos brauche. Da nicht. Cool. Hi. Ah, das ist die Bandage. Aber die sind erst mal zweitrangig. Jetzt tue ich erst mal, dass ich hier Ablos hinkriege, weil für die Bandage müsste ich zurückspringen. Und das will ja keiner. Oh, fuck. Nein. Oh, müsst ihr nicht. Mit dem richtigen Charakter hätte, könnte ich da, glaube ich, so dran. Mit der Fliege zum Beispiel. Kein Ablos. Äh, 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 Level wiederholen. Wie denn auch, wenn er uns so lange braucht? Ha! Penis! Zurück zur Karte. Wo war nochmal die besten Liste? Sips-LP, dumm. Ja, toll. 11, 27. Krass. Wie viele Zeitunterschiede sind. So 27, 1000 oder was war das? Was weiß ich. Oh nein, ich hasse die. Mir nach, Kollegen. Kommt doch alle. Ma! Tumor-Boy ist das. Bam! Hoche Explosiv. Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Zocken die da wieder alle am Ausgang rum. Lauf. Boah, sauber. A-plus. Zurück zur Karte. Oh, mein Schluch trinken. Meine Stimme wird rau. Geil. Oh. Alles klar. Oh ne, der Level war das. Oh ne. Oh ne, oh ne. Da kommen jetzt ein paar Dinger raus. Ja, so wird halt auch nix. Problem ist nur, dass man jetzt, ähm, sich beeilen muss, sobald man den Knopf gedrückt hat. Das ist fies. Ah genau. Das war's. Ne, das fack ich jetzt. Da war ich sowieso so lange dran an dem Level. Ich guck mal, ich guck mal, The Lamp. Ich guck mal, The Lamp. Das ist schon mal zu langsam hier. Gerade war's schon nicht schlecht. Oh. Reicht. Cool. Das wäre jetzt aber auch nicht so der Superbringer, aber okay. Ach genau, der Level war's. Kann ich doch einfach so machen. Ja. Miss. Dann so. Ja. Fast gut. Ja. Nochmal. Ja. Cool. Geht doch. Ja. Verdammt. Ja. Mein Gott. Man muss nur den Schwung genug, oft genug üben, dann klappt's auch. Er will mich fressen, dieses... Alter, er wird ja mal schneller. Okay, jetzt hat er ausge... Ausgeschissen. So wird es nix. Oh, knapp. Glaub ich jedenfalls. War's knapp? Keine Ahnung. Sieht man doch irgendwo. Ähm... Ja doch, zwei Sekunden, ne? Zweieinhalb hätte ich nur gehabt. So knapp war's dann doch nicht. Dunkelwelt. 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 Ey, warte mal. Hier hab ich noch kein Level geschafft, gemacht. Warum das denn nicht? Verstehe nicht. Da, rasen wir einfach mal durch. Oh, die Musik ist cool. Oh, ja. Oh, Mann, oh. Ich möchte anmerken, dass ich jetzt ungefähr in dem Spiel hier ungefähr... Weil ich 13 Stunden Spielzeit hab oder so. So sieht halt ungefähr aus, wenn man 13 Stunden gezockt hat. Also gar nicht so doof, aber auch nicht so gut. Ey, das kann doch nicht so schwer sein, dieser eine Sprung, der da die ganze Zeit verkackt wird. Hö. Wie soll man denn da oben drankommen? Okay, weiter geht's. Gerade kurz überlegt, einen anderen Charakter zu nehmen. Aber dann dachte ich, ne. Kein Bock. viel besser das so gemein dieses knappe drücken dieses antippen von dem sprungknopf sauber wie soll das denn bitte gehen nein zu gierig ist da wenn das alles so gut klappt am anfang dann wird man zu übermütig und dann macht aber übermütig selten gut wir sind doch wahnsinnig der wohnsinn hier ach du scheiße keiner plus ich ja für eine lusche er kann auch sein dass die letzten paar so ein bisschen kürzer waren vielleicht zwölf minuten oder sowas 10 bis ein bisschen zu kurz also so gegen zwölf würde jetzt mal tippen und dann mache ich damit ich immer ein bisschen mehr auf vorrat habe weil ich ja relativ projekte habe eine vollzeit arbeiten gehe und dann muss ich nicht unbedingt den lieblangen tag zocken da war ich eh nur so ungefähr ein bis zweimal die woche also wie jetzt speziell vielleicht auch nur einmal die woche wenn ich genug habe und dann tue ich ja einmal nur mit dem dad schieben minecraft together ungefähr einmal die woche wir sind die denn drauf da muss ja genau dazwischen durch ich schaffe es noch okay ich habe meine statistik an aha nur 3389 mal gestorben gesamtfortschritt 73 prozent lichtwelt 93 und die dunkelwelt 56 in diesem sinne sage ich mal bis zum nächsten part mal sehen ob es einen gibt aber ich denke schon aber ob es 100 prozent wird wie gesagt weiß ich nicht ansonsten auch viel spaß tschüss